Natürlich, der Bundestagswahl ist für mich entsetzlich, wie uninformiert Teile der jüngeren Generationen an diese Wahlen rangehen. Ich habe zum Beispiel Gespräche geführt, da wurde gesagt, sie wüssten genau, wenn sie nicht wählen gingen, fielen ihre Stimmen automatisch an die großen Parteien. Also so ein Unfug, das sind Leute, die das tatsächlich glauben. Und die kann man auch nicht davon abbringen. Ich weiß auch nicht, wer so etwas in die Weltgeschichte setzt.